klingt auch sehr gesund was ja ihr hört das ja hier hört das ja ich habe es aber im spiel jetzt habe ich eigentlich eine mute funktion durch das stream deck hatte ja vorher nicht gehabt ja ich habe auf dem stream deck kann ich halt alle einzelnen tonspuren und der andere auch mal mikro was ich vorher nicht konnte irgendwie ist der spruch soll da mal heilig frisch fleisch okay dann erst auf kathos hat das war jetzt schon so ein bisschen einfach rein und kill tschüss ich kann nichts dafür dass du weg ja ich mal ich gehe jetzt raki wenn du die jetzt tötest werde ich böse ich werde mir angerechnet ich war noch dran wurde mir angerechnet ich habe mein bestes getan ich hab mein bestes getan es hat nicht geklappt ach komm der wauzi wird mich ganz doll lieb drücken wenn er sein weihnachtsgeschenk sieht das ja ich sterbe ich habe gekillt das fleisch liegt auf der anderen seite das ist mir egal ich habe ihn gekillt oh shit betäubt ja das habe ich ganz vergessen alles auf cool da unten nicht mehr gelten und kälter in einer schild so müssen wir zuerst ich muss ja erst noch er wachen Oh, der kann ja auch verlangsamen. Klar, der kann aufhören. Übrigens Keltas ist hier. Ja, ja, Keltas fehlt mir noch als einzigstes. Du stirbst. Als einzigster. Einzigstes. Ja. Für ihn sind das doch alles nur Ersatzteile. Ja, stimmt, es sind ja nur Bots. Aber es ist trotzdem der Keltu, Keltu sein. Keltas. Ach so, ich bin ja wieder am Leben. Hoppala. Keltas, nicht Keltusatt. Keltusatt hatten wir gerade. Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun leeeen. Ich glaube nicht mehr Spucke. Maschendrahtzaun leeeen. Oh, da ist Keltas. Oh, da ist Keltas. Ja. Ich an eurer Stelle wäre auf dem schnellsten Wetter. Mein Kill. Nein, dein Kill. Lol. Machst du den bitte auch noch? Ja. Noch habe ich nicht so viel Schaden. Lass uns mal die Kinder ihre Kills da machen. Mann, Flasche. Triffkirche. Mit der Explosion. Was willst du denn hier? Achso, Smile. Ja, das kannst du ja auch. Und das Lauf ist erstmal dran. Dann Karasi. Das ist die echte. Tschüss. Wo ist der Rest? Da war noch eben noch mehr? Naja, egal. Da war ich den Turm. Oh, Drack bleibt doch mal da. Mike muss Nova killen. Fech. Was hast du überhaupt die echte? Okay, wir sterben. Egal, ich stecke hier irgendwo fest. Aber ich hab mal gewusst. Lol, das ist eine Nova. Und ich hab cool da. Ja, ich fick die Hände. So, ich kann da irgendwer reinkrabbeln. Ich brauche noch einen. Hab. In der Wahl. Das klappt. Rollen, gehst du? Oh Mann. Warum ist er stehen geblieben? Greedy! Ich muss mal kurz hier. Fuck. Ich war gerade noch MVP. Die ganze Zeit über. Richtiger Baderbum. Oh, jetzt haben wir aber richtig die Schüsse von. Oh, jetzt haben wir aber richtig die Schüsse von. Wer ist jetzt MVP? Dicker. Carsten. Das können wir nicht zulassen. Das geht so nicht. Das können wir nicht zulassen. Das können wir nicht zulassen. Okay. Loll. Das stimmt, dass die lebende Bombe die ganze Zeit bei uns durchgeht. Egal. Wtf. Loll, ich bin gestorben. Woran? Bombe. Nicht Conny. Die Bombe ist ne Sekunde nach dem Ablauf. Ja. Ist ne Sekunde nach Ablauf von meiner. Tast Dingo durchgekommen. Aber... Ist die falsche Nova, oder? Ne, ist die echte. Nein. Ich kenn doch meine Pappenheimer. Uff, er ist übrigens gerade MVP. Oh Gott, alles stürt. Conny, nein. Ich hab gerade auch gedacht, um Scheibenklein. Conny kann nicht scheinen. Conny ist tot. Conny ist tot. Nein, Conny. Ich bin dabei. Ich bin tot. Ganz genau. Ja. Sie wurden niedergestreckt. Na fuck. Oh, ich bin so langsam, wenn ich full live bin. Ah, jetzt langsam komm ich in Fahrt. Jawoll. Sterb. 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 Sterbi. Sterbi. Oh. Was heißt eigentlich diese kleine Zahl, die immer runter tickt bei jedem? Das ist die, äh... Das ist die, äh... Die Kräser auf die Ulti. Genau. Ah. Ey, wenn du den jetzt wieder... Ey, das ist nicht dein Ernst! Nein! Nicht im Ernst! Ja, doch. Er kriegt den Kill, ne? Ich brech ab. Ich geh woanders hin. Ey, fick dich. Warte, ich komm mit. Nein! Nein! Hahaha! How did you know? Ich bin noch gar nicht so OP. Nein! Ach, fick dich. Sie dürfen ein Talent wählen. Jetzt bin ich OP. Weil jetzt hab ich Messer reingedärme raus. Sie sind bereit. Greifen Sie auf dein Terminal zu, sobald ich es hochfahre. Siehst du? One hit down. Oh, guck mal. Kel2Sat hat mir mit einem Angriff 505 Schaden gemacht. Kann man mal machen, ne? Jo. Eigentlich sogar 16 mehr. Autsch. Ja, das tut gar nicht weh, ne? Da von Kel2Sat die Tür da hat. Vor allem ist der unten. Wie hat der das da oben hingemacht? Krabbel, krabbel, krabbel. Äh, unbegrenzende Reichweite. Auf seine Rügel. Ja. Das ist ja wohl nicht wahr. Doch. Dafür muss die ein bisschen... Ja? Äh, dafür braucht die ein bisschen Zeit zum... Äh, zum Casten. Ja? Ja, ja. Oh, der ist tot. Der hat sich getan. Nein. Guck mal, die falsche Nova. Ich spiele da jetzt nicht mehr mit. Er kriegt den Kill. Ja, ich mache inzwischen... Ich soll die bei Ihnen alleine spielen, jetzt. Ich bin schon aufgebustet. Ich bin schon aufgebustet. Ein Schlag 600 Schaden. Ach, weil... Ich soll sie mit dem Protektor dem Sieg entgegen. Oh, der kriegt schon wieder den Kill. Ich geh dann mal weg. Naja. Ha, hält sich auch mal ein Kill. Aber auch nur, weil er weggegangen ist. Ja, da kann man wieder ne Ulti hoch. Boah. Was? Wieso bin ich im Ding... Na, egal. Du hast die mir angecastet. Hab ich kein Spiel bekommen, ey. Huch, ich bin da ja rausgegangen. Wie, du bist da rausgegangen? Achso, du bist da rausgegangen. Ich bin da rausgegangen, deswegen bist du da reingegangen. Pfff. Voll gut, ey. Shit happens, ne? Und der Schlechter ist lustigerweise MVP. Mensch, wer hätte das gedacht? Ich hab erst einen einzigen Helden mit der blöden Flasche getroffen. Pff. Das ist durchaus möglich. Äh, du... Du musst, ähm... Das ist etwas schwieriger. Du musst nämlich erst Minions treffen. Oder irgendwas anderes. Achso, Mann. Wovon die Flasche... Also der Flasche schaden muss. Also die Flasche selber muss nicht treffen, sondern dieser Fächer, der da hinterher kommt, der muss... Nicht der Fächer, der da hinterher kommt. Ja. Ja. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich auch. Mimimimi. Mimimimi. Ich mach jetzt Splitpush. Wer ist denn jetzt MVP? Ich bin Spezialist, ich mach jetzt Splitpush. Okay. Ist der Boeing für MVP gerade? Nein, ist er eigentlich? Doch. Also... Ist es zumindest alles. Der Boeing glitzert. Er glitzert. Ich glitzer, aber das heißt ja noch nichts. Doch, dass du aktuell MVP bist. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Bonus von meinen Fähigkeiten. Nein. Der Mautzi hat gesagt, wer glitzert, ist aktueller MVP. Ja, ich muss aber gerade mich vermissen. Sonst ist das ganz stiftfrei. Hup. Ist da was vorbei. Oh, er ist richtig vor Ort. Da war ich doch zu gierig. Das passiert öfters mal. Oh shit. Hey, warum bist du unbesiegbar? Ja, ganz kurz bin ich unbesiegbar. Oh, ne Nova. Boah, hier sind ja noch so viele Türme. Alter. Oh, guck mal. Was ist das denn hier? Ich glaube, ich hatte die rechte, Nova. Kann das sein? Ja. Kann schon sein. Deine Minions haben den scheinbar. Wie kann man sich das scheinbar tun? Oder irgendwelche Minions. Für noch Meile gewesen sein. Ich habe ja ein paar mehr davon. Entspannung. Ich habe eine Fehlung eingerichtet. Achst, 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 achst. gerade ich bin das ist was was geteilt ist es ist das echte das ist das echte nexus klinge genau nexus ich bin viel zu langsam ok ich werde langsam schneller war so klar ist nicht da verdammt ich werde wieder schlechter verdammt nein ich bin ich habe ein rentier ich bin ich bin